Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und gut, ich muss zugeben, ich bin jetzt wieder mal total die Sims süchtig. So ist das eben, weil es ist gestern ja bekanntermaßen, naja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, bekanntermaßen, aber auf jeden Fall, gestern ist ja das Sims 4 Vampire Add-on rausgekommen, also dieses Gameplay-Paket. Und ja, ich bin jetzt gerade wie so ein Suchtkranker und kann gerade nichts anderes mehr denken als Sims. Und ja, gut, da war wieder Mom. Ähm, ja, schön. Ähm, und da ist sie wieder. Und gut, die zweite Sache, die ich erwähnen könnte, ist, ich hab's jetzt tatsächlich versucht. Ich hab meine Haare geklettert und, ähm, ja, Erkenntnis des Monats, wartet mal. Sie sind, und das Problem ist, es sieht aus wie so ein Vordach, also ist nicht so gelaufen, wie ich's mir erwünscht und erhofft hab. Aber das Tolle ist, wenn man sie hier so zur Seite tut, sieht's etwas, ähm, besser aus, als wenn sie die immer hier überall rumfliegen. Und ja, gut, aber das soll heute nicht unser Thema sein und meine Haare hatten wir jetzt zwei Video lang als, als Anmerkung. Das sollte jetzt reichen. Und deswegen kommen wir zum heutigen Thema. Ich möchte mit euch über das Thema zum Reden, dass immer alles teurer wird. Dass immer alles irgendwie mehr kostet und immer alles mehr, mehr ist und mehr und mehr, aber irgendwie ich nicht mehr das Gefühl hab, dass die Sachen stabil sind. Also, dass sie nicht mehr diese Haltbarkeit von vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren noch haben. Also, ein Beispiel. Ich hab ja mir vor gefühlt 10.000 Jahren hier dieses Handy gekauft. Ähm, ja, jeder, der das Handy kennt, wird wissen, von welcher Marke das ist. Ich kann trotzdem zeigen. Und ich, und es läuft und läuft und läuft und läuft. Und ich muss zugeben, ich war jetzt auch bis vor ein paar Wochen, also ehrlich gesagt bis vor, äh, ich glaub zwei Wochen, gar kein Handynutzer wirklich. Aber ich hatte es halt. Und ja, das war dann immer so, dass es bei mir hauptsächlich rumgelegen ist. Und gelegentlich hab ich dann auf meine aufladbare Karte irgendwelchen Krams draufgeladen. Sowas wie, ähm, mal kurz bei einem Gewinnspiel bitte machen oder, gut, ich geh zu. Ich sag, hier, ähm, okay, das ist der Moment, in dem ich, wo ich jetzt, wo ich jetzt ehrlich gesagt etwas zugeben muss. Und an dieser Stelle werde ich wahrscheinlich gleich von meiner Mama schlagen. Also, ups, also dies würdest du nicht toll finden, aber, ja, es ist so, ich hab früher immer ganz gerne, sondern es gibt diese Spiele manchmal online, wo man sich für ein paar Euro über Handykarte Zusatzpunkte kaufen konnte. Und das hab ich irgendwie mal ganz gerne gemacht und das hab ich zum Beispiel mit meinem Handy gemacht. Aber sonst hab ich tatsächlich wenig kein Handynutzer gewesen. Und, ja, deswegen kann ich eigentlich auch gar nicht so richtig beurteilen, ob das Handy jetzt langlebig ist oder eher nicht. Aber, ja, ich hab ja eine große Schwester an dieser Stelle. Hi, großes Schwesterchen. Ich hab dich übrigens immer noch lieb, aber egal. Das ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Aber, ja, wollte ich trotzdem mal sagen. Und meine Schwester hat sich auch ein iPhone, ein iPhone 4 damals. Meins ist ein 4S, also das Nachfolgemodell. Und sie hat ihr iPhone auch gekauft und zwar im selben Jahr. Und, ja, wie schon gesagt, wie schon gesagt, das ist jetzt irgendwie blöd, wenn ich noch gar nichts gesagt hab. Aber wie ich bereits dachte, dass ich's gesagt hätte, ihr Handy hält immer noch und läuft und läuft und läuft und läuft. Und die Frage, die sich mir stellt, ist jetzt, ich hab ja mich dann informiert, weil, als ich dann den Handyvertrag abgeschlossen hab, hat mich ja eben auch die Frage beschäftigt, ob ich mir nicht auch mal ein neues Handy zuleg. Und dann hatte ich auch das iPhone 7 zum Beispiel in der Hand und für mich war das jetzt gar nichts, weil ich hab irgendwie, ich weiß auch nicht, wo's herkommt und jetzt kann mir jeder nachsagen, ich spinne, weil manchmal hab ich selbst schon das Gefühl, ich spinne da. Aber ich hab das vier, fünfmal in der Hände gehabt und jedes Mal sind mir die Hände taub geworden oder richtig, als ob ich so ein Pelzig. Und, ja, das passiert mir jetzt mit dem Vierer zum Beispiel, das ist ja gar nicht. Mit dem Sechster passiert das auch nicht und mit dem Fünfer, aber ab dem Siebener krieg ich immer pelzige Hände. Ja. Und da ist dann für mich so diese Frage gewesen, auch mitunter, so ein iPhone hat ein Jahr, also Apple-Protogramm, alle Albums allgemein, ein Jahr Garantie. Und hält das Zeug heutzutage überhaupt noch so lange? Ich mein, meistens ist ja so, dass die Sachen dann halten ein Jahr und dann nach einem Jahr plötzlich, blatsch, sind sie kaputt. So wirklich, so wie, als ob da so ein kleines Uhrwerk drin eingebaut wäre und es dann eben kaputt geht. Und, ja, anderes Beispiel, das mir einfällt, meine Mom und ich haben uns, ja, und mein Dad auch, ähm, also Familie, gut, fassen wir es jetzt so zusammen, Familie Riedmeier, hat bisher immer einen Staubsauger gehabt. Der hat, ähm, er hat meine Mom gekauft, da war sie so alt wie ich jetzt. Also, damit es mal wirklich jemand, damit man so ein Verhältnis hat, das ist wirklich lange, lange her. Wow, jetzt klingt so, als ob meine Mami voll alt ist. Ähm, es ist jetzt nicht so, also es ist nicht so, dass es damals, dass damals noch so die antiken Kragen getragen wurden. Aber sie sehen jetzt wirklich schon lange her, weil man muss ja mal überlegen, als meine Mom so alt war wie ich und dann nochmal mein Alter drauf und, ja, gut, das ist nicht sehr charmant. Aber es ist auf jeden Fall so, sie hat sich damals, zu dieser Zeit, den Staubsauger gekauft. Und der Staubsauger, der hat bis jetzt, wirklich bis jetzt durchgehalten. Der ist nicht, nie hat der irgendwelche Mucks gemacht, der ist nie irgendwie auch nur mal in Reparatur musste. Der hat immer, der ist gelaufen und gelaufen und gelaufen und jetzt ist er halt altersmäßig kaputt gegangen. Und ich frage mich, jetzt wo wir den neuen gekauft haben, ob der nur halb so lange hebt. Ganz ehrlich, ich frage mich das einfach. Weil man kauft sich heutzutage die Sachen gefühlt immer bloß für ein Jahr. Für ein Jahr, für zwei Jahre, vielleicht maximal fünf Jahre. Und manche Leute sagen schon nach fünf Jahren, ich bin glücklich, dass es jetzt fünf Jahre gehalten hat. Wo ich mir dann denke, ähm, meine Großeltern, meine, die haben Sachen gekauft, wo sie gesagt haben, und es muss mindestens 20 Jahre halten. Wieso gehen wir uns immer mit kleineren Abständen zufrieden? Und vor allem frage ich mich auch, warum muss immer mehr rein? Warum muss immer mehr Technik? Wieso muss eine Waschmaschine gefühlt deine Stimme erkennen und auf deinen Satz die Wäsche waschen? Warum kannst du nicht einfach hingehen und die Knöpfe betätigen? Ich meine, klar ist es praktisch, klar ist es ein Zeitersparnis. Aber ich finde, das muss eine Waschmaschine nicht können. Oder ein Kühlschrank. Ich meine, es gibt so viele Kühlschränke schon mit Touchscreen und Smartding und so weiter und so fort. Oder auch diese Smart TVs, wo ich mir auch denke, äh, wenn ich einen Fernseher kaufe, dann muss der für mich drei Dinge können. Er muss angehen, er muss einen Kanal empfangen können, und ich muss darauf gelegentlich mit meinem, mit irgendwelche Spiele spielen können. Und mehr muss der nicht können. Er muss mich, er muss weder ins Internet, er braucht wegen mir keine Fotoaufnahmemöglichkeiten, ich muss keine Videos drauf. Ja gut, DVDs, aber ich muss jetzt nicht mit dem USB-Stick drauf Videos abspielen können, obwohl das natürlich praktisch ist. Also ich gebe es zu, meine Videos guckt mein Vater manchmal über den Fernseher. Der hat schon einen viel neumoderischeren Fernseher als meiner da hinten. Ja, wartet, immer dieses, da, ja, den da. Der ist schon uralt, ich meine, der ist, glaube ich, auch schon um die fünf, sechs Jahre alt, also das Minimum. Und wenn ich das mal überlege, der hebt und hebt und hebt und dann hört man wieder solche Geschichten von den neuesten Fernsehern, die neuste Technik, die tollsten Sachen und dann hört man von irgendwelchen Leuten oder auch von Rezessionen, ja, der Fernseher ist cool, der Fernseher ist gut, aber ich habe ihn nach drei Monaten in Reparatur geschickt. Oder sowas wie, ich habe ihn nach vier Monaten in Reparatur geschickt. Oder, naja, nach sechs Monaten war er halt ganz kaputt. Und dann denke ich mir so, hm, wieso? Wieso kaufen wir nicht mehr Sachen, die wirklich lange halten? Die lange halten, die lange uns helfen und an denen wir wirklich lange Spaß haben. Warum müssen die Sachen immer schneller kaputt gehen? Und wieso müssen alle Sachen immer mehr können? Wieso können sie nicht mehr nur das können müssen, was sie wirklich vom Ursprung her geplant sind? Eine Waschmaschine Wäsche waschen, ein Fernseher fernsehen und ein Handy zum Telefonieren. Also gut, und gelegentlich Apps. Und ja, warum muss es immer mehr werden? Und warum muss es immer flacher werden? Das ist auch immer so. Und da haben wir wieder warm. Und ja, warum muss immer alles flacher werden? Wieso können die Sachen nicht einfach dicker wieder werden? Weil je dicker, je mehr Platz haben sie und je mehr Gelüftung und je stabiler und je heizsamer werden sie. Naja, das ist meine Meinung dazu. Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zu unserem allwöchentlichen Querdenker-Quiz. Also, Karte. Und ja, wieso können die Boxen nicht smarter sein und einfach mal sowas haben, wie dass man nicht die Karten selbst rausziehen muss, sondern dass die sich so rausziehen lassen auch wirklich. Ah, hier. Seht ihr? Sogar mal richtig passend. Weil unser Querdenker-Quiz dieser Woche ist Alte Dokumente Ein Aktenvernichter kann man gut gebrauchen, um alte, vertrauliche Unterlagen etc. zu entsorgen. Doch so ein Teil ist nicht günstig. Du hast jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und jetzt etwas, was es nicht oft bei diesen Querdenkern-Tippdingern gibt. Ein Tipp. Tipp. Welcher hausübliche Gegenstand könnte dir hier verheblich sein? Ich hebe jetzt das Quiz in die Kamera. Also, da ich jetzt bisher, habe ich immer euch nur raten lassen, deswegen werde ich jetzt meine Vermutung äußern. Und meine Vermutung ist das Feuerzeug. Also, es gibt doch nichts Besseres als Akten zu vernichten, indem man sie einfach anzündet. Wir mögen mal bedenken, Akten sind Papier. Aber gut, das ist ein bisschen zu, glaube ich, linear gedacht. Also, ist die andere Idee, die ich habe, man könnte es mit einem Tebex übermalen oder mit Kleband drauf, so die wichtigsten Stellen oder eben einfach mit einem schwarzen Stück. Okay, das war mein heutiges Video. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag-Video. Video. Video. Wie. Wie. Der. Und, ja, mich würde es interessieren, was denkt ihr? Was ist die Antwort auf dieses Rätsel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt es mir aber auch gerne auf Twitter schreiben oder auf Facebook. Oder eben an meine E-Mail an die bell.ritma.outlook.com Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und ich denke, ich werde ab jetzt meine Querdenker-Quiz vielleicht auch noch auf Facebook und auf Twitter veröffentlichen. Vielleicht ist das noch eine Idee. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss.